Willkommen zu einem neuen Video der Swiss Darts Corporation. Wir schauen uns heute einen Leckerbissen an. Jochen Graudens startet hier mit 121 Punkte ins zweite Leck hinein. Es sollte ein Rekordspiel werden. 180 hinten rein, was für ein Start. Die ersten 6 Pfeile sind schon einmal praktisch perfekt. Was macht Graudens? Die nächsten 3 Pfeile, eine 140. Nach 9 Darts auf 60 Punkten Rest, das ist Weltklasse. 20 für die Doppel-20. Verpasst er ganz knapp Doppel-10? Nein, auch die wird es noch nicht. Kein 12-Darter, aber wie wir Graudens kennen, 13-Darter ist es. Let's go, 2 zu 0, 100-Tor-Average bis hierhin. 140 zum Start ins dritte Leck. Dann geht es weiter, Schlag auf Schlag. Nächste Aufnahme wieder eine 140, überragend. Zwischendurch noch 83 Punkte geworfen für 138 Punkte Rest. Das wird es noch nicht. Kein Stress, 98 Punkte geworfen. Tops Rest, Doppel-20. Wieder ein 13-Darter. Jochen Graudens spielt 104 Punkte im Average. Weltklasse. Das ist wieder